Um uns kurzfähig zu sein, muss immer weniger produziert werden. Nach unserer meisten Welt ist die Thema und Natur. Das Problem entsteht also durch die Grundsätze unseres wirtschaftlichen Themen, das auf Ausreitung und Naturverstörung basiert. Statt Symptome, die vermeintlich böse Konzerne zu bekämpfen, sollten wir das Problem an dem Wurzelpacken verschiedene soziale Bewegungen zusammenführen und die Kapitalismus vom Welt nicht abschaffen. Wir brauchen ein Wirtschaftssystem. Wir alle das, die wir brauchen, unabhängig davon, was wir bleiben. Wir brauchen ein Wirtschaftssystem, das wir brauchen. Wir brauchen ein Wirtschaftssystem, das wir in der Natur umgehen. Und wir werden sich alle noch in die Vierigkeiten einbauen. Denn jeder weißes Kapitalismus ist ein echter Wahnsinn nicht möglich. Kapitalismus ist endlich überfällig. Kapitalismus muss abfangen. Wir brauchen ein Wirtschaftssystem. Wir brauchen ein Wirtschaftssystem, das wir in der Natur umgehen. Wir brauchen ein Congratulations! J governor Maored. Wie ist das funktioniert? Ich sehe! Ich sehe, ich sehe gerade mal. Ich sehe, wir overwhelmed mir. Untertitelung des ZDF, 2020